Willkommen an meiner Kochzeit! Heute machen wir Marblekuchen und es ist ein prima Nachtisch und es ist ganz einfach. Zuerst brauchen Sie eine Backform, zwei Susche, einen Messerbieger, Waschbäuer und einen Backoffer. Für die Zutaten, zuge, Mehl, Milch, Glatapodon, Backfutter. Backpodon, Teiz, Vanille, vier Eier. Spritzen Sie Backform. Verhalten Sie den Backoff in drei hundundfünfzig Fahrenheit. Dann tun Sie Zucker, Butter und Zucker und Bruton in einer Sussung. Dann tun Sie Butter und Zucker und ruhen Sie gut. Dann ruhen Sie gut. Die Zutaten Geben Sie Zutaten in die Sussung mit Butter und Zucker. Dann ruhen Sie die Zutaten. Geben Sie Vanille in die Sussung mit Schokoladezu. Dann ruhen Sie. Dann ruhen Sie. Geben Sie Vanille in der Backform. Geben Sie Schokolade in der Backform. Geben Sie Vanille in die Sussung mit Vanille. 15 Minuten. Und zuletzt servieren Sie den Marble Cooken. Und Sie sind fertig. Geben Sie sich. Geben Sie dasziehen von Gustavwide. Untertitelung des ZDF, 2020